Wenn ich dir erzähle, dass er von einer lebendig gewordenen, wahnsinnigen Venusstatue umgebracht wurde, würdest du mir das glauben? Nein. Na, siehst du, da brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ich komme von sehr weit weg. Ich bin auf der Suche. Und bis ich gefunden habe, was ich suche, werde ich keine Ruhe geben. Nie mehr. Verbrennen Sie sich nicht die Finger. Er ist ein gefährlicher Mensch. Das ist doch nicht möglich. Das ist totaler Wahnsinn. Ruhe jetzt! Ha, Venusbiest. Dass ich nicht lache. Ich werde, dass sie wieder betrunken Auto gefahren sind. Das ist totaler Wahnsinn. Untertitelung. BR 2018